Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge ja uns ein bisschen auf den neuen Faden begeben. Und ja, wollen wir jetzt mal gucken, was das hier eigentlich Sache ist. Hallo? Ja und? Okay. Ja, das hast du schon gesagt. Na, wenigstens sind die jetzt weg. So, wer bist denn du? Wollt ihr auf einem Chocobo reiten? Äh, kostet 1000 Kill. Äh, nein, erstmal nicht. Oder erstmal fragen, wie geht das? Steuerung, auf Bildschirm zu, nach links, nach rechts, aufsteigen, absteigen. So, weiter bis ins Norden oder nach Luca kommt man also nicht. Schokobos warten nach ihrem Absteigen auf die Seite, du verlässt die Straße oder leistest dir einen neuen Chocobo. Komm zu mir, wenn du einen neuen ausleihen möchtest. Okay, aber ich möchte erstmal noch ein bisschen laufen. Moment, geht's da hinten nicht noch irgendwie. Achso, nee, das ist nur die Karte ein bisschen komisch. So, da werden wir hier nicht lang dürfen. Sagst du was? So, okay. So, das ist die Spiele. So, das ist das, die Gatta und Rudz. So, das ist der letzte Schocobo. So, das war's für euch. So, das warst du, nach links. So, lass uns. So, lass uns jetzt blitzern. So, lass uns Blitzern. So, lass uns blitzern. So, lass uns schau'n, wenn du was, schau'n, schau'n. So, okay. Was bringt mir das was? Na ja, gut, okay. Dann gibt mir den halt die tausend Eine Eislanze. Nicht schlecht Ähm So Na gut, dann gehen wir halt zurück Da kommen wir nicht weiter Oh, bin haben wir denn da? Na ja. 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 Das war jetzt irgendwie zu einfach Na ja. 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 jetzt oben lang müssen wir mal gucken wo wir jetzt hier was macht er spinnst du großer vogel feuer lanze cool so wo geht es jetzt lang da unten war es doch irgendwo da hatte ich es doch gesehen vorhin so oh nöbel irgendwie ah ok hier kommen wir so rum lang alles gleich verstehe ich verstehe das ist der normale weg den wir eigentlich gegangen wären deshalb auch hochstraße ja jetzt wird da ein schuh draus ok so ok aber dann gehen wir jetzt mal die dann gehen wir mal die da runter auf die tiefstraße und schauen mal wo die jetzt bleibt wenn wir schon einen schokobohr extra geschenkt kriegen so außerdem hatte ich da vorne auch nochmal irgendeine feder gesehen da war nichts aber hier ist noch einer so guck mal da oben ist eine truhe wup elektraklinge alles klar ein datenball auch nicht verkehrt ah ja so ein schokobohr ist schon was tolles so wo kommen wir jetzt hin ah die da oben ist sie aber da will ich jetzt gleich noch hin weil ich hab hier weiter vorne noch was entdeckt das hatte ich komm mal her du so ich hab doch gewusst hier oben müssen wir hin ein glücksverbot so hier war auch nirgends mehr was so dann gehen wir jetzt mal die die jetzt einfach nochmal suchen geschwind ja na ignorierst du mich? nicht mich ignorieren sag ich doch sag ich sag ich sag sag ich sag Das war's für heute. So, das hätten wir damit geschafft. So, ich muss noch mal gucken. Weil hier gab es auch noch irgendwo, wenn ich es noch richtig weiß, ein All-Bad-Lexikon. Nur ich weiß nicht mehr, wo. Ich Idiot, hätten wir ja einfach können die Dinge hier... Na, da waren wir. So, innen. Vielleicht können wir ja da unten dann irgendwo hin. Ich glaube einfach, ich mache eine ganz, ganz, ganz kurze Pause und schiebe mal geschwindes den Guide mal wieder auf die Seite, damit ich dann weiß, wo und wie wir an das All-Bad-Lexikon rankommen. So, okay, dann bin ich jetzt gleich wieder da. Moment. Moment. So, da sind wir wieder. Okay, ich glaube, ich habe so grob gesehen, wo das sein soll. Aber, ähm... Das Problem ist, ich kann das Bild nicht gleichzeitig hier irgendwie anzeigen. Das ist ganz, ganz, ganz kurios. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ne, hier sind wir im vorderen Bereich. Da will ich ja gar nicht hin. So, das war irgend so eine komische... Ah, das könnte ganz unten gewesen sein. Warte mal, Moment. Moment. Oder war das irgendwo hier? Ne, hier kommen wir nur nach da oben. Nein, das kann es nicht gewesen sein. Bah. Ah, nicht. Oder war es hier? Ja. Ha, habe ich es doch gewusst. So, ein Albed-Klariban. Alles klar. So, okay. Gut, dann können wir jetzt zum Fungus passen. Na, das kann ja was geben. So. Okay. Äh, Leute, ich habe schon gespendet. Na, wenn das mal gut geht. Bitte passiert, ja, das tun wir dann auch. Bevor die es sich anders überlegen. Ja, ich habe schon gesagt. Was ist das? Warum können S-Mor-Loge einen Kriegfahrt unterstützen? Das heißt, er wird eine Art Art von Albedo-Lewisken. Das ist ein Art von Albedo-Lewisken. Ich habe das Gute, aber ich glaube, dass es sich so richtig sind. Sie sind auch so, wie gesagt. Oh, Lue? Das ist nur ein Schuss. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin schon von Aron, aber... Ich bin sehr glücklich. Bitte, erzähle ich mich. Ich bin schon von 10 Jahren. Ich bin von Yuna. Ich habe keine Zeit. Das ist... Das ist... Aron, der Garten ist. Das ist gut. Ah, ja! Wenn ich mich nicht so nervös bin... Also... Shimoa... ... 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 Äh, 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 äh? Äh, äh, äh? Äh, 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 äh? Ich war nicht so gut. Aber ich dachte, dass ich das für den Funguspass besser gesagt habe. So, okay, noch ein High Potion Zwei Phönix-Feedern, oh man, die sind Gold wert Was ist hier los? Okay, dann haben wir eh keine große Wahl So, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir noch Oh, schon wieder die drei So, du warst genauer Wieder der Wasser So So, okay, dann guck mal, dass wir irgendwie ins Hauptquartier kommen Oh, Schoone Hehehe Mogulikon de Yanta Oh, was hat er denn? Mhm Wunderwappen Na denn, dann bedanke ich mich vielmals So, ähm Einmal ganz geschwind speichern So, und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken Ähm, ja Was denn der Simo hier jetzt so plant Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich würde an mich fürs Zuschauen Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal Tschüssi 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 Bis zum nächsten Mal.